Ich habe in einer Welt des Todes gelebt. Ich habe gesehen, wie geliebte Menschen starben. Manche schnell durch eine Kugel. Von anderen blieb nicht genug übrig, um sie zu begraben. Ich habe meine Geheimnisse überwahrt. Doch nun ist die Zeit gekommen, um mich meiner Vergangenheit zu stellen. Und wenn sie mich zur Strecke bringen wollen, erwartet sie der Tod. Ich will Rache. Ich will die wissen lassen, dass ich komme. Und dass es nichts gibt, um mich aufzuhalten.